Boris Becker, 50, in Wimbledon, kein seltenes Bild. Aber dieser hübsche Unbekannte an seiner Seite lässt Flirt-Gerüchte aufkochen. Mit der 47-jährigen Moderatorin Melanie Sükes wurde das Match fast schon zur Nebensache. Aber deutlich zueinander geneigt, werfen sie sich immer wieder intensive Blicke zu, dann lachten sie wieder herzlich miteinander. Im sexy Sommerkleid spülte Melanie mit ihren Haaren, kein Wunder, dass Boris so die Augen nicht von ihr lassen konnte. So ausgelassen hat man ihn lange nicht gesehen. Blicke sagen mehr als tausend Worte. Blicke sagen mehr als tausend Worte. Melanie ist Britin mit indischen Wurzeln. Sie arbeitet als Radio- und TV-Moderatorin und belegte 2014 Platz 3 im britischen Dschungelkamp. Auf Instagram ist sie alles andere als unbekannt. Ihre 157.000 Follower lässt sie an ihrem Leben teilhaben, das laut Instagram aus Sport, Arbeit und gesundem Essen besteht. Außerdem arbeitet sie als Unterwäschemod. Mit dem Körper, kein Wunder. Man kann nicht leugnen, dass die schöne Moderatorin in das Beute-Schema von Boris passt. Außerdem ist sie zweimal geschieden und hat zwei Söhne Roman, 16, und Valentino, 13. Vierfach-Papa Boris steckt mitten in seiner zweiten Scheidung von Lili Becker und hat durchaus Patchwork-Erfahrung. Passt doch perfekt. Laut Bild ist Melanie allerdings mit ihrem Freund, der auch neben ihr saß, beim Spiel gewesen.